Herzlich willkommen zur Sternstunde Philosophie. Gerade kürzlich war es wieder soweit, als Schweizer Bürgerinnen oder Bürger konnten Sie Ihre Stimme abgeben zu verschiedenen Vorlagen. Falls Sie die Chance genutzt haben, geschah es aus Pflichtgefühl. Dass wir Gesetze einhalten müssen, ist für die meisten selbstverständlich. Aber darüber hinaus? Was schulden wir dem Staat? Was unserer Gemeinschaft? Der deutsche Philosoph Richard David Precht sagt, wir sprechen zwar oft und ausgiebig über Bürgerrechte, aber kaum über Bürgerpflichten, mit fatalen Folgen, wie er meint. Herr Precht ist heute mein Gast. Ich freue mich sehr. Ganz herzlich willkommen. Ja, Herr Precht, Sie haben dieses Buch geschrieben, das neueste Buch, von der Pflicht eine Betrachtung. Müssen Sie uns ins Gewissen reden? Ach, so sehe ich meine Rolle eigentlich nicht. Und die Frage wäre ja auch, wer ist uns? Also mir ist ja aufgefallen, dass bei der Corona-Pandemie die allermeisten Menschen ein positives Verhältnis zu ihren staatsbürgerlichen Pflichten gehabt haben. Allerdings ist mir auch aufgefallen, dass es eine sehr lautstarke Minderheit gegeben hat und immer noch gibt, die das partout nicht einsieht. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim Stichwort, wenn wir über Corona sprechen. Wir sehen, es geht um Bürgerpflichten. Ich habe es am Anfang auch schon gesagt. Nun haben wir ja viele Pflichten, die nichts zu tun haben mit dem Bürgersein. Also zum Beispiel, wenn ich einen Hund kaufe, dann bin ich verantwortlich für diesen Hund. Wenn ich Kinder bekomme, dann habe ich die Pflicht, mich um die Kinder zu kümmern. Als Arbeitnehmerin soll ich nicht irgendwelche Berufsgeheimnisse ausplaudern. Aber Sie wollen eigentlich in erster Linie über Bürgerpflichten sprechen. Und das hat zu tun mit Corona. Das hat mit Corona zu tun, ja. Also es ist ja in der Corona-Diskussion auffällig gewesen, dass es Menschen gegeben hat, die sehr, sehr lautstark gesagt haben, meine Grundrechte dürfen nicht eingeschränkt werden. Auch nicht zu dem höheren Zweck, die Schwachen zu schützen. Und die, die sich nicht im Klaren darüber waren, dass man als Bürger eben nicht nur Grundrechte und andere Rechte hat, sondern dass man eben auch Pflichten hat, staatsbürgerliche Pflichten. Und dass es einen guten Grund gibt, warum man die hat. Das ist die eine Seite der Medaille. Und die andere Seite der Medaille ist, diese Menschen haben nicht verstanden, dass der Staat die Pflicht hat, diese Maßnahmen zu erlassen. Wir müssen ja über zwei Sachen reden. Über die Pflicht des Bürgers und über die Pflichten des Staates. Und wenn wir eine Situation haben, wie jetzt bei der Corona-Pandemie, dass das Leben vieler Menschen gefährdet ist, dann muss der Staat abwägen, wie er das Recht auf Leben der Menschen schützt. Und das kann er oder konnte er zum Teil nur, indem er andere Grundrechte, wie beispielsweise die Versammlungsfreiheit, zeitweilig etwas eingeschränkt hat. Und es ging nicht darum, dass der Staat jetzt einen großen Spaß daran hatte, den Leuten was zu verbieten, sondern der war in einer Güterabwägung zwischen verschiedenen Pflichten, die er hat, also verschiedenen Schutzpflichten, die er hat. Und da musste er gucken, wie er die wahrnimmt. Und Sie haben es gerade schon gesagt, wir müssen sowohl über die Pflichten des Staates wie die Pflichten der Bürger sprechen. Beginnen wir mal mit dem Staat, weil das war ja nicht statisch, sondern das hat sich entwickelt. Das zeigen Sie in dem Buch auch sehr schön. Früher war es eigentlich klar, der Staat hat grosso modo nur unsere Freiheit zu schützen. Es geht darum, dass uns niemand unser Eigentum wegnimmt. Es geht darum, die negativen Freiheiten zu schützen, dass ich mich frei bewegen darf, dass ich nicht ermordet werde auf freier Strasse. Und das war es. Und das hat sich verändert. Wir haben heute einen grossen Fürsorgestaat. Wir haben heute einen Fürsorge- und Vorsorgestaat. Und der ist nicht dadurch gekommen, weil der Staat im Laufe der Zeit angefangen hat, über die Stränge zu schlagen, sondern der ist daher gekommen, dass es nichts nützt, Menschen Grundrechte zu garantieren oder Bürgerrechte zu garantieren, wenn die Menschen gar keine Chance haben, sie auszuleben. Also wenn ich auf der einen Seite sage, es gibt ein Recht auf Leben, aber auf der anderen Seite nicht dafür sorge, dass, wenn ich nachts nach Hause gehe, ich an jeder Straßenecke ermordet werden kann, dann ist das ein Problem. Also hat der Staat die Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass ich möglichst unbeschwert durch die Straßen gehen kann, indem es eine entsprechende Polizei gibt. Ein ganz spezieller Fall, und das ist jetzt auch für die Corona-Diskussion natürlich wichtig, ist der Schutz der Gesundheit. Im 19. Jahrhundert gab es eine gigantische Plage durch das ganze Jahrhundert hindurch, das war die Tuberkulose. Und die Menschen sind also im ganz großen Stil an dieser Infektions- und Übertragungskrankheit gestorben. Wenn ich nicht wollte, dass jeder die Tuberkulose bekam, und damals war es auch vor allen Dingen, dass die besseren Bürger die bekamen, dann musste man dafür sorgen, dass sie sich unter den Arbeitern, die also unter entsetzlichen Bedingungen hausten, nicht uneingeschränkt ausbreitet. Also musste man was gegen die Ansteckungsmilieus tun. Das waren die dunklen, feuchten Keller, in denen die Menschen gelebt haben, die Hinterhöfe. Und dann fing der Staat auf einmal an, eine andere Art von Straßenplanung zu machen, eine andere Art von Häuser zu bauen, eine Kanalisation zu machen. Alles das waren ursprünglich Schutzmaßnahmen, zu einem sehr erheblichen Teil, auch gegen andere Krankheiten, aber sehr stark gegen Tuberkulose. Der Staat wurde immer mehr in die Verpflichtung genommen, vorsorgend und fürsorglich zu agieren, damit die Menschen ihr Recht auf Leben tatsächlich ausleben können. Nicht nur, dass man es ihnen garantiert, sondern dass es auch bis zu einem gewissen Grade so ummantelt wird von Schutz, dass tatsächlich der Staat es als Pflicht betrachtet hat, sich darum zu kümmern, dass die Menschen das tatsächlich ausleben. Und jetzt geschieht ja etwas Paradoxes, weil Sie sagen, je mehr Pflichten der Staat eigentlich übernimmt, desto mehr haben die Leute das Gefühl, sie sind hier in einem Dienstleistungsverhältnis oder so, und der Staat soll hier mal liefern, und sie selber sehen sich als Kundinnen und Kunden. Das ist tatsächlich passiert. Also je mehr der Staat den Menschen abgenommen hat, dazu gehört ja auch die Altersvorsorge, gesetzliche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, sind ja alles Dinge, die der Staat übernommen hat im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts. Und je stärker der Staat anfängt, sich um das Wohlergehen seiner Bürger diesbezüglich zu kümmern, also Fürsorge und Vorsorge zu betreiben, umso weniger müssen die Menschen selber daran denken, und umso mehr sehen sie sich als Klienten des Staates, als Kunden, ja, der Staat hat zu liefern, der Staat hat zu machen, und denken eigentlich gar nicht daran, dass das ja ein wechselseitiges Verhältnis ist, dass der Staat ihnen das alles natürlich garantiert, in einer freiheitlich-liberalen Demokratie, dass er aber umgekehrt auch großen Wert darauf legt, dass die Menschen die freiheitlich-liberale Demokratie anerkennen und sich für sie weitgehend einbringen, d.h. also auch an die Gemeinschaft denken. D.h. Bürgerrechte ohne Bürgerpflichten sind eigentlich nicht wirklich denkbar? Ja, sie sind in beide Richtungen nicht denkbar. Bürgerrechte, einfach nur so zu garantieren, führt noch lange nicht zu einer funktionierenden Demokratie, sondern die funktioniert erst, wenn die Menschen anfangen, die Demokratie tatsächlich zu inhalieren und den Gedanken der Allgemeinheit verpflichtet zu sein, auch als ihre Persönliches annehmen. Und jetzt haben wir ja diesen Übergang schon gemacht von den Pflichten des Staates zu den Pflichten eigentlich des Bürgers oder der Bürgerin. Und da kann man ja sagen, gibt es eigentlich so etwas wie eine anarchistische Herausforderung. Es gibt ja vielleicht Leute, und es gibt es sie auch tatsächlich, die würden sagen, na ja, ich habe nicht darum gebeten, dass der Staat sich so aufbläht. Jetzt ist der so gross und der verlangt auch gleichzeitig so viel von mir. Ich hätte lieber gerne so einen Minimalstaat. Das ist übrigens eine ganz hochinteressante Geschichte, weil das wird ja zwar einerseits von Linken, aber doch mehrheitlich von Rechten vertreten, diese Idee. Und da passiert etwas ganz, ganz Eigenartiges. Es ist doch sehr auffällig, dass in Deutschland die AfD vor allen Dingen sich profiliert hat. Ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die Rechten in der Schweiz die größten Probleme mit den Corona-Maßnahmen hatten und dass die sagen, das geht den Staat doch nichts an. Der Staat soll sich in mein Leben nicht einmischen. Und das ist ein großer Widerspruch zur Tradition der europäischen Rechten. Denn die europäische Rechte stand eigentlich klassischerweise für den Law and Order Staat. Die fand das gut, wenn der Staat sich für die Volksgesundheit stark macht. Die fand das gut, wenn der Staat für Recht und Ordnung sorgt. Wenn er da ist, wenn er sich in das Leben der Menschen einmischt und sie zwingt. Hier passiert etwas ganz anderes. Hier kommt eine Art Cowboy-Rechts plötzlich rein. Das ist ein Kulturimport aus den USA. Die Republikaner in den USA leben in einer anderen Tradition. Nämlich in der Tradition der Cowboys. Die wollen, dass der Staat sie in Ruhe lässt. Also das ist ein Paleo-Libertarismus. Wo man sagt, my pony, my rifle, me. Und der Staat hat sich in meine Angelegenheit nicht einzumischen. Und das Erstaunliche ist, dass dieser, also der Fachbegriff wäre Minarchismus, also minimale Herrschaft. Minarchismus, der Staat soll sich so wenig wie möglich in das Leben der Menschen einkümmern, sich in einem völligen Widerspruch zu allen traditionellen Vorstellungen von rechts in Europa befindet. Dass der aber jetzt sich der rechten und rechtspopulistischen Parteien bemächtigt hat und in diesen Parteien auf einmal ganz stark wird. Vielleicht noch ganz kurz zur Frage, waren es in erster Linie die Rechten, die sozusagen die Corona-Massnahmen angezweifelt haben. In der Schweiz gab es natürlich ein grosses Konglomerat in dieser Gruppe. Da waren auch viele sehr Linke mit dabei, zum Beispiel auch vielleicht Menschen, die Alternativmedizin bevorzugt haben, die auch gar nicht glaubten an dieses Virus usw. Aber das müssen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Aber wenn wir zu diesem Minarchismus zurückgehen, zu diesem Minimalstaat, dann ist man natürlich sofort bei einem Philosophen wie Robert Nozick, der eben so eine Idee hat, der eines Nachtwächterstaates, möglichst wenig Pflichten hat der Bürger, die Bürgerin, möglichst wenig Pflichten auch der Staat. Und ich würde gerne mit Ihnen noch einmal zurückgehen zum Anfang der Sendung. Da habe ich ja gesagt, wir alle haben Pflichten und die leuchten uns sofort ein. Wenn wir einen Hund haben, müssen wir uns um den Hund kümmern. Eigentlich ist das so etwas wie ein impliziter Vertrag. Ich habe eingewilligt. Indem ich den Hund kaufe, willige ich ein, dass ich diese Pflichten habe. Und die Anarchisten sagen nun, naja, mich hat keiner gefragt, ob ich in diesem Staat mitmachen will. Lasst mich damit in Ruhe. Wenn ihr euren Verein haben wollt, wo Väterchen Staat schön für euch guckt, macht das, ich mache da nicht mit. Lasst mich in Ruhe. Was entgegen wir dem? Na ja, zunächst mal könnte man das ja sagen, also die eine Variante würde darin bestehen, Leute, die diese Haltung haben, die fallen dann nicht mehr, die unterschreiben eine Erklärung und fallen nicht mehr unter die Schutzpflicht des Staates. Das heisst, die sind nicht mehr in einer gesetzlichen Rentenversicherung, die sind nicht mehr in einer gesetzlichen Krankenversicherung und wenn sie Corona kriegen, werden sie nicht behandelt. Also das wäre die minimale Konsequenz, die man machen würde, wenn man diese Gruppe ernst nehme. Stattdessen hat der Staat sich entschieden, sie gar nicht ernst zu nehmen, in der Hoffnung, dass sich das wiedergibt. Wobei ich persönlich nicht glaube, dass sich das wiedergibt, sondern ich glaube, dass das die gleichen Leute sind, die erst gegen Migration auf die Strasse gegangen sind, dann gegen Corona-Maßnahmen und demnächst gegen die Maßnahmen im Zuge der Bekämpfung der Klimakatastrophe auf die Strasse gehen. Also es ist eine grundsätzliche Trotzhaltung und wie ich eben meine, auch eine sehr infantile und überhaupt nicht mündige Trotzhaltung. Was würde es denn heissen, sie ernst zu nehmen? Naja, sie ernst zu nehmen wäre ja die Frage, der Staat hat so, wie er ursprünglich konzipiert ist, ja nicht vorgesehen, dass er aus seiner Schutzpflicht die Leute entlässt. Dass man jetzt einen Spezialvertrag macht, dass man jetzt quasi hingeht beim Staat und sich anmeldet und sagt, also alles das, was Staat, was du an Verpflichtungen über mich übernimmst, gilt für mich nicht. Die Idee ist ja auch nur ein Gedankenspiel, weil es in der Praxis nicht funktioniert. Also man kann ja nicht sagen, du hast was unterschrieben, dann gilt für dich, das in Anspruch neben der Hilfe der Polizei nicht mehr. Das wird ja nicht funktionieren. Und wenn man ernsthaft darüber nachdenken würde, welche Konsequenzen das hätte, wenn man aus der Pflichtverantwortung des Staates herausgelassen würde, würde man seines Lebens nicht mehr froh. Und daran kann man eben erkennen, dass es nicht zu Ende gedacht ist, sondern dass es sich tatsächlich um eine ziemlich infantile Trotzreaktion handelt. Es ist ja eigentlich fast ein bisschen so, wie Thomas Hobbes damals den Staat begründet hat in seinem Leviathan, zu sagen, wir hätten diesen Naturzustand, Krieg alle gegen alle, das können wir nicht wollen. Und deswegen sind wir natürlich interessiert daran, dass wir diesen Staat haben. Die offene Frage ist einfach immer noch und bleibt auch, wie gross soll dieser Staat sein? Und da sind wir auch nicht fertig mit der Diskussion, oder? Oh, da sind wir gar nicht fertig mit der Diskussion. Und ich sehe das auch durchaus mit einem kritischen Auge. Also ich halte das für eine richtige Entwicklung, dass im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts der Staat sich selbst in die Pflicht genommen hat, das Ausleben der Grundrechte seiner Bürger zu ermöglichen. Ich glaube, das war eine ganz, ganz wichtige Entwicklung, die ja auch dazu geführt hat, dass bei uns die Leute nicht mehr auf der Straße verhungern. Die dazu geführt hat, dass für die allermeisten Menschen in diesem Land eine gute medizinische Vorsorge da ist. Und so weiter und so weiter. Das sind ja Dinge, die der größte Teil der Bevölkerung nicht missen will. Aber wir kommen natürlich, und diese Diskussion kann man führen, in die Frage, wie weit soll das weitergehen? Also in dem Maße, wie der Staat jetzt über die Digitalisierung unser aller Daten kriegt und immer besser kennt und so weiter, kann er natürlich noch viel besser vorsorgen und fürsorgen und so. Und irgendwann kommt dann tatsächlich die Frage, wie viel Freiheit bleibt am Ende noch übrig und wo werden die Grenzen überschritten? Da gibt es keine pauschale Antwort drauf. Das ist völlig klar. Das muss auch gesellschaftlich ausgehandelt werden. Und meine Meinung ist, dass der Staat zwar in der Corona-Pandemie, in der Schweiz genau wie in Deutschland, grundsätzlich erst einmal richtig gehandelt hat, dass wir damit aber nicht aus der Frage raus sind, was der Staat zukünftig im Sinne von Fürsorge und Vorsorge alles darf. Und gerade was die Digitalisierung anbelangt, habe ich da auch erhebliche Zweifel, ob sich das in eine gute Richtung entwickelt. Also wer von dieser Seite Kritik übt und sagt, jetzt wollen wir mal ganz genau gucken, was in zukünftigen digitalen Gesundheitsausweisen alles so steht und wer davon was mitkriegt und wer dann was weiss und so weiter, da vorsichtig zu sein, halte ich für richtig. Das ist auch die ganze Befürchtung einer neuen Biopolitik, so à la Foucault, die uns überrollen könnte. Ich habe gemerkt, als ich das Buch gelesen habe, dass mir sofort John F. Kennedy in den Sinn gekommen ist, dessen Aufruf, die Pflicht als Bürgerin, als Bürger zu erfüllen und die zu befolgen, ja weltberühmt geworden ist. Er hat diesen grossen Satz gesagt an der Inauguration zum 25. Präsidenten der USA. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Ist dieser Satz immer noch hochaktuell? Ja, der ist sehr, sehr, sehr aktuell. Und er ist aktueller geworden. Und dafür gibt es einen Grund. Früher waren die Leute pflichtbewusst, weil sie Angst vor dem Staat hatten. Und wir wollen ja nicht so tun, als wäre das ein guter Zustand gewesen. Und es ist ja auch sehr schön, dass man heute vor seinem Staat viel weniger Angst haben muss als in früheren Zeiten. Eigentlich fast gar keine mehr. Das hat aber auf der anderen Seite dazu geführt, dass das Pflichtbewusstsein einiger Menschen, zu vieler Menschen, wie ich meine, darunter gelitten hat. Und das, was ich vorhin schon angesprochen habe und Sie auch gesagt haben, dass die Menschen anfangen, sich als Kunden des Staates zu sehen und nicht mehr als jemand, von dem man was erwarten kann. So als hätte man einen Vertrag mit dem Staat gehabt und jetzt möchte man sein Rundum-Sorglos-Paket, aber möchte in keiner Form mehr noch durch irgendetwas vom Staat behelligt werden, dass das natürlich eine Haltung ist, die langfristig das Wertefundament unserer Gesellschaft erodiert. Weil das bedeutet ja, dass jeder an sich denkt und dass dieser grundsätzliche Gedanke, dem Gemeinwohl etwas schuldig zu sein, aus den Köpfen der Menschen verschwindet. Ich denke manchmal, dass man das vielen Menschen nicht übel nehmen kann, dass sie so denken. Nicht, weil der Staat so böse ist, sondern weil sie mit einem Milliardenaufwand tagtäglich konditioniert werden, sich Vorteile vor anderen zu verschaffen und sich zu entsolidarisieren. Also durch die millionenfachen Aufrufe der Werbung stets irgendetwas zu erwirtschaften oder etwas zu kaufen, worauf die Nachbarn neidisch sind oder was andere nicht haben. Und das hat ja ein Ausmass angenommen, das noch vor wenigen Jahrzehnten unvorstellbar war. Sie sprechen in diesem Kontext von so einer Art Schnäppchen-Mentalität, eine Seite des modernen Kapitalismus, von der Sie denken, dass sie besonders tragisch ist mit Blick auf diese Veränderung der Bürgerpflichten. Absolut. Ich meine die Flexibilisierung der Preise nach sekündlichem Angebot und Nachfrage ist ein Entsolidarisierungsprogramm sondergleichen. Also das ist ein welthistorisches Experiment. Früher hat jeder im Zug das Gleiche für sein Ticket bezahlt. Er kriegt den dann vielleicht, wenn er körperlich versehrt war oder Kind war oder Rentner in der Ermäßigung und ansonsten haben alle dasselbe bezahlt. Heute fährt der Zug mit dem Geld der Trottel, die nicht rechtzeitig ihr Ticket gebucht haben. Zum Beispiel deswegen, weil sie gar nicht wissen, wie das geht. Es gibt immer noch ein Fünftel der Bevölkerung, die nicht ernsthaft online-affin ist, die das gar nicht weiß. Meistens übrigens die ältere Bevölkerung. Und auf deren Kosten fahren dann all diejenigen, die die Schnäppchenpreise gekriegt haben. Das Gleiche haben wir bei jedem Flug. Bei jeder Preisgestaltung muss man immer damit rechnen, über den Tisch gezogen zu werden. Aber Sie sagen jetzt quasi, derjenige, der zu spät bucht, ist der Trottel. Der hat irgendwie halt Probleme gehabt, sich einzuloggen oder wusste nicht, wie das funktioniert. Mein Vater weiss gar nicht, wie man online ein Bahnticket bezahlt. Aber es gibt ja auch die Frage, will ich mir einfach bis in den letzten Moment die Flexibilität bewahren? Will ich von heute auf morgen entscheiden, was ich machen will? Und dann ist es ja okay, wenn derjenige, der so lange zuwartet, mehr bezahlt. Das ist richtig. Aber im Grunde haben wir es mit einem System zu tun, in dem jetzt nicht eine Luxusprämie für schnelle Entscheidungen gefällt wird, sondern in dem der Findige und der Trickreiche und der, der genug Zeit hat, sich darum zu kümmern und genug Muße dafür hat, dass der einen Vorteil hat gegenüber den anderen. Und wenn es sich um ein Unternehmen handelt, wie in Deutschland die Bahn, die ein Staatsunternehmen ist, dann ist in keinster Form einzusehen, warum man das macht. Und schaffen wir noch mal diesen Übergang? Also diese Schnäppchenjagd, die verändert mit Sicherheit unser Konsumverhalten. Da sind wir uns wahrscheinlich sofort einig. Wenn Ausverkauf ist, dann rennen die Leute in die Stadt und kaufen alles Mögliche, auch viele Dinge, die sie überhaupt nicht brauchen. Aber was genau macht diese Schnäppchenjagd jetzt mit unseren Bürgerpflichten? Naja, was sie macht, ist, das ist eine grundsätzliche Entsolidarisierung. Ich versuche mir, auf Kosten anderer Vorteile zu verschaffen. Und ich werde, wenn ich das nicht tue, bestraft. Also tue ich das. Ich muss das noch nicht mal aus Überzeugung tun. Ich tue es einfach schon deswegen, um kein Verlierer in diesem Prozess zu sein. Und das ist in der Tat ein tagtägliches, jeden Tag sich quasi ereignendes Entsolidarisierungsprogramm. Und das, was ich hier anspreche, ist ja keine Entdeckung von mir. Also diese Zweifel daran, ob Turbokapitalismus auf der einen Seite und Gemeinsinn auf der anderen Seite tatsächlich besonders gut Hand in Hand gehen, ist so alt wie die Demokratie. Was verstehen Sie unter Turbokapitalismus? Durch Turbokapitalismus verstehe ich ein System, in dem wir mit ökonomischer Vernunft, also der Frage, was habe ich davon, jede einzelne Frage in unserem Leben angehen. Das heißt also, wenn im Grunde genommen hat der Kapitalismus inzwischen unsere Seelen sehr weitgehend kannibalisiert, dass wir also ständig als Ökonomen unserer selber fragen, das mache ich, da kriege ich das und wenn ich das mache, dann habe ich das und so weiter, dass wir also die ganze Zeit wie Unternehmer unserer selber über unser Leben urteilen. Und wenn wir das machen und im Grunde genommen Marktnormen als Hauptbewertungsmassstab unseres Lebens machen, dann fallen die sozialen Normen daneben ab. Sozialen Normen sind auch all die Dinge, die ich tue, ohne eine Kosten-Nutzen-Rechnung gleich aufzustellen. Und das ist ja interessant, dass Sie vorhin gesagt haben, worum es eigentlich geht, ist, dass wir uns nur noch fragen, was bringt es mir? Und ein bisschen früher im Gespräch haben wir darüber gesprochen, wie kann man überhaupt einem Anarchisten erklären, warum wir diese Pflichten haben. Und beide Dinge sind nicht das Zentrum dieses Buches, sondern das Zentrum dieses Buches und das finde ich so interessant daran, ist, dass Sie sagen, Sie wollen mal herausfinden, welche Haltung eigentlich jemand hat, der eine Bürgerpflicht haben will und akzeptiert. Und da kommen Sie auf Cicero zu sprechen, der an diese Fragen eigentlich ganz anders herangeht, einen römischen Philosophen, über den heute gar nicht mehr so viel gesprochen wird. 44 vor Christus hat er das Buch geschrieben, De Ophikis, in dem es eben um dieses Pflichtbewusstsein, dieses Pflichtgefühl, dieses pflichtgemäße Leben geht. Und Sie sagen, es geht eigentlich darum, dass wir wieder über die Haltung nachdenken eines anständigen Bürgers, einer anständigen Bürgerin. Ich habe mich 30 Jahre lang mit Moral beschäftigt. Und das Merkwürdige ist, dass man dann sehr oft wieder zu den Ursprüngen unseres Moralverständnisses zurückkommt und dass man eben sieht, dass die Tugendethik der alten Griechen, die auch hier die Grundlage für Cicero ist, dass diese Tugendethik doch einiges für sich hat. Es gibt zwar einige Bereiche der Tugendethik, die wir heute nicht mehr mitmachen, aber die zentrale Einsicht, dass alle Moral am Ende ihren Referenzpunkt beim persönlichen Charakter hat, beim Selbstbild, bei der Frage, wer will ich sein? Das ist eine uralte Erkenntnis der Griechen, die Cicero übernommen hat und die er auf den Begriff der Pflicht bezieht. Und das ist in vielen modernen Ethiken sehr weit hinten runtergefallen. Und im Grunde genommen kommt diese Erkenntnis über den Umweg der Psychologie jetzt allmählich wieder in die Philosophie zurück, dass wir erkennen, das, was Menschen tun, hängt nicht in erster Linie davon ab, welche allgemeinen Wertvorstellungen oder so was sie haben, sondern es hängt davon ab, wer sie sein wollen. Und mich interessiert die Frage, warum zum Beispiel in der Corona-Pandemie ein Teil der Gesellschaft, über den wir gesprochen haben, warum der Rebell sein will in dieser Situation, warum er es für richtig hält, sich zu entpflichten. Und da interessiert mich dieses merkwürdige Gemisch aus psychologischen, individualpsychologischen und philosophischen Motiven, wie man sich die Welt so zurechtlegt, dass man diese Haltung als richtige Haltung am Ende herausfindet. Und warum wollen Menschen Rebellen sein? Naja, also sicher ist es sehr häufig so, dass man das, was man sein will, nicht nur mit den eigenen Stärken zu tun hat, sondern auch mit den eigenen Schwächen. Ich glaube, dass Menschen, die zum Beispiel eine Schwäche darin haben, Empathie zu empfinden, das Rebellentum als sehr willkommene Fluchtburg erkennen, weil sie sich damit moralisch aufwerten können, während sie ja sonst als empathielos moralisch abgewertet würden. Und das Interessante ist, sie können doch so empathielos sein, sie können auch ein Charakterschwein sein, sie halten den Zustand, ein Übler zu sein, vor sich selber nicht aus. Sie müssen also in jeder Situation ihre Bilanz genau so machen, dass sie am Ende gut dabei rauskommen. Und das ist etwas, was man im Grunde aus der Tugendethik lernen kann. Man könnte aber jetzt noch was Zweites lernen, weil es gibt ja eine Art Kriterienkatalog bei Cicero und auch bei den Stoikern vor ihm schon, auch bei Aristoteles. Wie überprüft man seinen Charakter? Wie überprüft man, ob man wirklich der Gute ist? Das ist eine ganz spannende Frage, die sich durch die gesamte antike Philosophie durchzieht. Und hier geht es einfach darum, wie trainiert man sich in der Kunst der Urteilsschulung, nicht nur über andere, sondern in der Kunst der Urteilsschulung über sich selbst. Und diese Urteilsschulung ist ja tatsächlich wichtig, weil wir wollen ja auch keine einfach treuen Staatsbürgerinnen und Bürger, die blind dem Staat folgen, machen, sondern wir haben hier an diesem Tisch auch schon oft gesprochen über zivilen Ungehorsam. Gerade kürzlich haben wir gesprochen mit einer Philosophin, die in Belarus lebt. Wir haben über Hongkong gesprochen. Manchmal brauchen wir ja die Bürgerinnen und Bürger, die aufstehen und sagen, nö, so nicht, da marschiere ich nicht mit. Wie genau finden wir denn heraus, wie schärfen wir denn diese Urteilskraft, wann wir dem Staat dienen sollen und wann es an der Zeit ist, zu sagen, nö, mache ich nicht mit? Die allereinfachste Antwort wäre zunächst mal sagen, wessen Interesse ich hier bediene. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich einen autokratischen Diktator an der Macht erhalten soll und deswegen nicht aufbegehren soll, auch wenn meine innere Überzeugung etwas ganz anderes sagt, zum Beispiel, dass Diktatoren falsch sind. Oder ob im Falle der Corona-Pandemie von den Menschen abverlangt wird, ihre Grundrechte zeitweilig einzuschränken, um die besonders Gefährdeten zu schützen. Und in meinem eigenen inneren Wertekosmos ist Solidarität mit den Schwachen ein positiver Wert und Solidarität mit Diktatoren ein negativer. Und damit fühle ich mich in einer ziemlichen Übereinstimmung mit der Mehrheit der Menschen, die durch die Aufklärung zu diesen Werten gekommen sind. Wissen Sie, Herr Precht, ich glaube, da sind wir uns ja vollkommen einig. Und ich denke, die allermeisten, die uns zugucken, auch. Ich glaube, es gibt da nicht so viele Menschen, die denken, Solidarität ist blöd, das will ich nicht. Aber ich glaube, es gibt Menschen, die denken, es ist nicht gut, wenn wir den Staat zu sehr aufblähen und wir müssen als Rebellen dagegen ankämpfen, dass dieser Staat immer grösser wird, weil daraus werden faule Bürgerinnen und Bürger. Ist das nicht die eigentliche Herausforderung? Oh, das ist ja jetzt mal ein anderer Gedanke als bei der Corona-Frage. Also das ist jetzt, sagen wir mal, das klassische liberale Argument, je stärker der Staat die Bürger alimentiert, umso mehr bringt er sie dazu, faul zu werden. Das ist, da machen Sie ein ganz anderes Fass auf, weil ich mir die Frage stelle, was eigentlich Faulheit im 21. Jahrhundert bedeutet und ob wir es hier nicht auch mit Kategorien zu tun haben, über die irgendwann der Wind wehen wird. Ich glaube, dass sich die Arbeitsgesellschaft im 21. Jahrhundert so dermaßen verändert wird, dass das nicht die Hauptgefahr ist. Ich glaube nicht, die größte Gefahr besteht darin, dass die Menschen faul werden, dadurch, dass sie eine Sozialhilfe bekommen oder dass sie faul werden, dadurch, dass sie vom Staat Rente kriegen und nicht mehr auf dem Feld arbeiten müssen, bis sie 90 sind, sondern ich glaube, dass die Bürger im Hinblick auf ihre empfundenen Gemeinschaft sind zu passiv werden. Passiv von faul würde ich aber hier deutlich unterscheiden. Und diese Befürchtung, die ich habe, ist nicht die Befürchtung, die die Liberalen haben. Das sind zwei ganz verschiedene Befürchtungen. Das verstehe ich. Wobei ich auch denken würde, in der Corona-Krise gab es so etwas, dass man zumindest gedacht hat, das ist natürlich auch, wie soll ich sagen, ein Vorurteil, aber so etwas wie, wenn die Leute sich genügend kümmern um sich, genügend fit sind, halt selber überlegen, wo sie hingehen, sich selber die Hände waschen, dann brauchen wir doch nicht den Staat, der irgendwelche Massnahmen erlässt. Das wäre schön. Wenn das Leben ein Wunschkonzert wäre, wäre das so. Aber wir haben ja erlebt, obwohl der Staat die Massnahmen ergriffen hat, konnte man an einem warmen Sommertag in Düsseldorf an der Rheinpromenade entlang gehen und sehen, wie 20, 30 Leute ohne Maske da auf der Wiese saßen und die Polizei gar nichts gemacht hat. Also, obwohl es die Massnahmen gab, haben sich viele nicht dran gehalten. Da würde man gar nicht wissen, wer sich alles nicht selbst daran gehalten hätte, wenn es keine Massnahmen gegeben hätte. Also, das wäre natürlich grossartig. Wenn man sich immer auf die Bürger verlassen könnte, bräuchte man auch keine Polizei. Obwohl man sofort merkt, wo Sie hinwollen und wer in dieser ganzen Diskussion Ihrer Meinung nach wirklich am falschen Ort sitzt, gibt es auch einen sehr versöhnlichen Ton am Anfang des Buches. Sie wissen schon, worauf ich ihn auswähle. Sie zitieren am Anfang erst einen Korintherbrief aus der Bibel. Ertragt einander und vergebt einander. Ja, also ich muss mich korrigieren, es ist der Kolosserbrief, das steht da leider falsch in der ersten Auflage. Das habe ich nicht einmal gemerkt. Sehen Sie? Aber, ja, es ist auf jeden Fall so. Also, ich finde, diese Spaltung, die wir hier in der Corona-Frage erlebt haben, ist eine ziemlich unnötige Spaltung. Also, ich unterscheide ganz gerne, dass es Interessenskonflikte in der Gesellschaft gibt, die echte Interessenskonflikte sind. Die gibt es. Es gibt echte Interessenskonflikte zwischen denen, die ganz viel haben und zwischen denen, die ganz wenig haben. Die existieren. Aber es gibt eigentlich keinen echten Interessenskonflikt zwischen denjenigen Leuten, die hier Probleme mit den Corona-Maßnahmen gehabt haben und denjenigen, die sie für richtig oder grundsätzlich für richtig gehalten haben. Sondern ich glaube, dass wir uns hier an einer völlig falschen Front verkämpfen. Was abhängig davon ist, dass diejenigen, die die großen Probleme mit den Corona-Maßnahmen haben, ein sehr negatives Staatsbild im Regelfall haben, das sich für unrealistisch halte. Ich muss das mal aus meiner Position erklären. Ich habe sehr, sehr viel Kritik und auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder gehabt an der Regierungspolitik. Ich finde, dass wir viel zu lange, viel zu wenig gegen den Klimawandel gemacht haben. Ich finde unsere Bildungspolitik verheerend im Hinblick auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Ich finde, dass der Staat viel zu wenig dagegen tut, dass die Schere zwischen Arm und Reich auseinander geht. Und, und, und. Aber hier, im Falle der Corona-Politik, hier haben wir es gerade mit einem Beispiel zu tun, wo der Staat also nicht irgendeine Zukunftsentwicklung verschlafen hat oder zu langsam reagiert hat oder aus Lobby-Interessen heraus nicht das getan hat, was wahrscheinlich für das Wohl der Bürger das Richtige ist, sondern der hat alles in allem, ich meine tastend und mit Irrtümern und so, seine Sache so schlecht nicht gemacht. Er hat sie im Detail vielleicht schlecht gemacht, aber dass er insgesamt versucht hat, die Menschen zu schützen, das halte ich für richtig. Und es ist wahnsinnig traurig und ärgerlich für die Gesellschaft, dass wir uns ausgerechnet in diesem Punkt dermaßen verkämpfen. Und wenn wir zurückgehen zu Cicero, dann ist ja der springende Punkt, dass das Pflichtgemäße auch gar nicht dasjenige sein muss, was uns so wahnsinnig viel kostet, weil es nämlich auch Beitrag zum Glück oder sogar ganz wesentlich Glück ist, weil derjenige, der tugendhaft ist, der seine Pflicht erfüllt, ist eigentlich der Einzige, der Eudaimonia, Glückseligkeit, erlangen kann. Ja. Also man darf nicht vergessen, es gab zwei Bedingungen, die in Ciceros Zeiten anders waren als heute, es gab sicher noch mehr, aber zwei ganz wesentliche. Das eine, es gab keinen Sozialstaat. Das ist nicht ganz unwichtig. Und das zweite ist, es gab keine Arbeitsgesellschaft. Das ist ebenfalls ganz wichtig. Das heißt also, der freie griechische Mann war dadurch geadelt, dass er nicht gearbeitet hat. gearbeitet haben die Frauen, die Sklaven und die Ausländer. Und deswegen hatte der freie griechische Mann sehr viel Zeit. Und sein Lebensziel bestand primär nicht darin, sein Geld zu vermehren oder Konsumgüter zu erwirtschaften, jedenfalls nicht nach dem Ideal der Philosophen, sondern es bestand daran, an sich zu arbeiten. Also modern würde man sagen, sich selbst zu verwirklichen. Und diese Selbstverwirklichung sollte nicht abhängig von Materiellem sein, sondern von Ideellem. Das heißt, man sollte an seinen Tugenden arbeiten. Und in dem Zusammenhang, wenn man an seinen Tugenden arbeitet und weil diese Tugenden in einem Gemeinwesen ausgelebt werden, spielt der Pflichtgedanke eine ganz große Rolle da drin. Und so hat Cicero das Katekon mit De Offizies, also mit Offizies übersetzt und hat sich quasi um die Pflichten des Menschen gekümmert. Wir leben heute in einer Gesellschaft, wo die Leute gar nicht so viel Zeit haben, an ihrem Charakter zu arbeiten und Charakter zu feilen wie zu Ciceros Zeiten. Und zweitens eben die vorhin angesprochene Konsumentenhaltung eingenommen haben, gegenüber dem Staat, aber eine Konsumentenhaltung, die sie ja bei allem anderen auch haben. Ich frage mich, wenn ich mich das Cicero'sche Ideal, also die Okeosis, das allmähliche Sich-Vervollkommnen, jetzt mal vorstelle und gebe tausend Leuten die Chance bei uns, und sage, du musst jetzt ein Jahr nicht arbeiten, du kannst an deinen Tugenden arbeiten, vervollkommne dich doch einfach mal und gleichzeitig sage, versuche es nicht über materielle Güter. Dann glaube ich, dass sehr, sehr vielen Menschen nicht so richtig was einfallen würde, was sie machen sollten. Und das zeigt, dass bei uns der Reichtum an innerer Welt gegenüber den sehr privilegierten Umständen, unter denen der freie griechische Mann lebte, dass dieser Reichtum tendenziell eher abgenommen hat. Aber dieser hohe Reichtum an innerer Welt, den eigentlich das Bildungssystem garantieren soll, das wichtigste Ziel des Bildungssystems ist, Menschen darin zu fördern, einen großen Reichtum an innerer Welt zu erwerben, ist die absolute Quelle der Glückseligkeit, weil man sich da nicht langweilt, weil man sich dann nicht über materielle Güter Ersatzbefriedigung verschaffen muss und so weiter und so weiter. Und das ist, glaube ich, etwas, was am Ende übrig bleibt, dass man sich, wenn man sich mit Cicero beschäftigt, sich sagt, einerseits ist es die Pflicht, andererseits ist es aber auch alles andere, was zu einem inneren Reichtum und zur Charakterbildung dazugehört, das ist uns in unserer modernen Gesellschaft zu stark abhandengekommen. Dafür bräuchten wir wieder mehr Zeit. Das ist interessant, also auch diese, sagen wir jetzt mal, Pluralisierung von Vorstellungen, was eigentlich ein gutes Leben ist, was wir aus uns machen können. Und zugleich finde ich ganz wichtig, den Hinweis, den Sie gemacht haben, dass das eine Gesellschaft war, in der es die Frauen gab und die Sklaven gab. Und es war natürlich sehr schön, sich vorzustellen, dass Pflichtgemäße heisst in erster Linie nachzudenken und Bücher zu schreiben und nicht irgendwo zu schuften. Ja, oder sich fürs Allgemeinwohl verdienen. Genau, und das, glaube ich, ist schon auch ein wichtiger Punkt, der auch schon bei Aristoteles in der nikomarischen Ethik vorkommt, dass sehr deutlich wird, glücklich sein, Glückseligkeit erlangen kann ich nicht für mich allein. Da wenden sich ja eigentlich auch zum Beispiel Aristoteles und auch Cicero auch gegen Plato, und der ja noch so etwas gesagt hat, wie, na ja, auch eine Person, die gefoltert wird und eingesperrt ist, solange sie mutig und tapfer bleibt, kann sie immer noch glücklich sein. Und die sagen, nö, das ist nicht so. Wir brauchen ein Gemeinwesen. Glück hat immer auch zu tun mit glücklichen Umständen. Und diese Einsicht zu haben, wir sind keine Inseln, sondern wir sind abhängig voneinander, das ist eigentlich eine Einsicht, die wir heute auch ganz stark brauchen, wenn es eben um diesen Verlust des Gemeinsinns geht. Absolut, absolut richtig. Platon war noch viel mehr traditioneller, stolzer Aristokrat als Aristoteles es war, was auch daran lag, dass er aus einer anderen Gesellschaftsschicht kam, nämlich aus der absoluten aristokratischen Elite. Aber es ist völlig richtig, also diese Einsicht, dass das Engagement für das Gemeinwohl das ist, was am befriedigendsten ist, langfristig am befriedigendsten ist, das ist etwas, was in unserer Gesellschaft zwar irgendwo gewusst ist, aber das dadurch verdrängt wird, dass der Hauptreflex, um Glück und Eudemonia zu erzielen, im Regelfall das Kaufen ist in unserer Gesellschaft und das hinterlässt einfach Spuren. Nun werden wir in eine andere Gesellschaft kommen, wir werden in eine Gesellschaft kommen, in dem die Leute langfristig deutlich weniger im klassischen Sinne arbeiten werden. Und dann ist es eine sehr interessante Frage, ob die Tugenden in dem gleichen Maße zurückkommen, in die Leute mehr Zeit haben, sich mit sich zu beschäftigen. Wenn ich sage, weniger arbeiten, dann meine ich zum Beispiel damit, dass die Leute sehr viel älter werden, dass also die Zeit, in der sie nicht arbeiten, in Relation zu der Zeit, in der sie arbeiten, im Leben immer länger wird. Und ich gehe auch davon aus, dass unsere Arbeitsgesellschaft in den nächsten Jahrzehnten durch sehr grosse Umbrüche sich massiv verändert. Und das ist ja interessant. Einerseits werden wir offenbar mehr Zeit haben. Wenn Sie recht haben, dann wird es vielleicht einfacher sein, unsere Tugenden irgendwie zu vervollkommen. Gleichzeitig sagen Sie, die beiden grossen Herausforderungen unserer Zeit, nämlich der Klimawandel und die Digitalisierung, machen es erst recht notwendig, dass wir noch mal neu darüber nachdenken, was Gemeinwohl, Gemeinsinn heisst und was es heisst, ein guter Bürger zu sein. Das glaube ich tatsächlich. Also ich glaube, dass die grossen Revolutionen des 21. Jahrhunderts und es sind im Wortsinne Revolutionen, also Umwälzungen, weg von der extensiven Wirtschaftsform, die wir haben, hin zu mehr Nachhaltigkeit auf der einen Seite und dann die digitale Revolution mit ihren gewaltigen Folgen für die Arbeitsmärkte auf der anderen Seite, dass das eine neue Form von Gesellschaft hervorbringt. Es sind immer die technisch-ökonomischen Revolutionen, die die Weichen stellen für andere Gesellschaften und danach beginnt die Zeit der politischen Irrungen und Wirrungen, eine neue Gesellschaft zu schaffen. Das war bei der ersten industriellen Revolution ja nicht anders, als die Herrschaft von Adel und Kirche sukzessive zu Ende ging und das bürgerliche Zeitalter und die Leistungsgesellschaft entstanden. Und nun kommen wir in eine Zeit, in der diese bürgerliche DNA verändert wird und eine neue Gesellschaft entsteht. Und das ist übrigens auch der Grund, warum sie im Augenblick so viel konservativen Widerstand gegen die Entwicklung bekommen. Es gibt ja eigentlich keinen einzigen Grund, warum ein Konservativer gegen Maßnahmen, gegen die Klimakatastrophe sein sollte. Denn Heimat, Naturschutz und so weiter ist ja ein klassisches konservatives Thema, sondern es ist die große Überforderung, dass man nicht weiß, was für eine Gesellschaft kommt am Ende dabei raus. Und das Positive, was ich dazu sagen kann, ist immer, es kommt am Ende die Gesellschaft dabei raus, die gemacht wird. Nicht die von alleine entsteht, sondern die Gesellschaft, die man will. Und ich erhoffe mir ja auch, dass in dieser zukünftigen Gesellschaft das, was in der gegenwärtigen Gesellschaft bewahrenswert ist, wenn auch vielleicht unter veränderten Vorzeichen weiterhin vorkommt und dass man immer aufpassen muss, in radikale Extreme zu gelangen, wie zum Beispiel Totalkontrolle durch Digitalisierung, was also zum Beispiel möglich wäre, oder Ende der freien Marktwirtschaft durch die quasi-Monopolisten des Digitalzeitalters und so weiter. Also es gibt viele Gefahren, die ich auf diesem Weg sehe. Die Gefahr, die ich eigentlich am wenigsten sehe, ist, dass der Staat sich in eine Diktatur verwandelt. Denn wenn ich mir die Geschichte der Bundesrepublik und auch der Schweiz im 20. Jahrhundert angucke, dann sind diese Länder von Jahrzehnt zu Jahrzehnt freiheitlicher geworden. Gerade wenn man, sagen wir mal, die Rolle der Frau anbelangt oder die Stellung von Kindern in der Gesellschaft. Im Grunde genommen haben wir uns Stück für Stück von Zwängen befreit, was ja richtig ist. Aber auf der anderen Seite müssen wir aufpassen, dass wir durch die Befreiung von Zwängen nicht in eine infantile Gesellschaft kommen. Kommen wir noch mal zurück zu diesen Bürgerpflichten. Welche Pflicht haben denn Sie als Bürger? Also ich profitiere ja als Bürger von der liberal-demokratischen Gesellschaft. Und die minimale Pflicht, die darin besteht, ist, wenn ich diese Gesellschaft bejahe, so wie sie ist, dass ich mich auch an die Spielregeln dieser Gesellschaft halte. Das ist ja was, was die allermeisten Leute machen. Also nicht gesetzbrechend zum Beispiel. Ja, also wir sind ja umzingelt von Gesetzen, die alle nur eine einzige Funktion haben, nämlich unsere Freiheit zu schützen. Rote Ampeln haben die Funktion, die Freiheit der Verkehrsteilnehmer zu schützen. Wenn es keine roten Ampeln gäbe, sondern jeder fahren könnte, wie er wollte, würden sehr, sehr viel mehr Menschen im Straßenverkehr umkommen. Also um Leben und Freiheit zu schützen, sind Verkehrsregeln da. Und aus dem gleichen Grund ist das Strafgesetzbuch da. Wir haben also lauter Regeln, die versuchen, dass wir so unfallfrei durchs Leben kommen, dass wir unsere Freiheit optimal ausnutzen können und nutzen können. Das ist der Grundgedanke all dieser Regeln und Gebote. Und das ist übrigens auch der Grundgedanke der Corona-Maßnahmen gewesen, dass es darum geht, die Freiheit, also das Recht auf Leben derjenigen zu schützen, die besonders gefährdet sind dadurch. Und das ist übrigens auch die Freiheitsdimension hinter der Klimapolitik, die darin besteht, dass unsere Kinder und Enkelkinder noch eine bewohnbare Erde vorfinden sollen, damit sie ein genauso freies Leben führen können, wie wir das heute haben. Und zurück zu Ihrer Pflicht. Also Ihre Pflicht ist es, diese Regeln zu befolgen, aber das reicht ja noch nicht, oder? Naja, in der klassischen griechischen Tradition besteht ja die Pflicht, sich fürs Gemeinwohl zu engagieren, die bei uns jetzt nicht festgeschrieben ist. Wir sind nicht gezwungen, das zu tun. Das ist also sozusagen keine vom Gesetzgeber vorgegebene Pflicht, sondern das ist eine sozusagen so eine Philosophenpflicht. Es ist also ein moralischer Imperativ. Mehr kann man daraus nicht machen. So ähnlich wie die Kirchen immer moralische Imperative erlassen haben, was man zu tun hat und was man nicht zu tun hat, die ja auch nicht in eiserne Gesetze gefasst waren. Und dazu gehört natürlich, sich die Augen offen zu halten für das Schicksal der anderen und sich nach Möglichkeit, nach Kräften da, wo man kann und wo man die eigenen Stärken hat, sich auch positiv in die Gesellschaft einzubringen. Also nicht nur die Verpflichtung dazu, sich an die Regeln zu halten, sondern darüber hinaus zu gehen. Dazu kann ich niemanden zwingen. Aber ich freue mich über jeden Menschen, den ich davon überzeugen kann oder der das von sich aus hat, eine solche Selbstverpflichtung in sich zu spüren. Und ich möchte das Klima verbessern oder den Boden dafür düngen, dass mehr Menschen diese Selbstverpflichtung auch tatsächlich spüren. Und da sind wir an einem, glaube ich, ganz wichtigen Punkt. Das ist ja, glaube ich, von vielen geteilt und anerkannt, dass dieser Gemeinsinn irgendwie bröckelt. Das ist eine Schwierigkeit der liberalen Gesellschaft auch. Das kann man wahrscheinlich am besten lernen bei Böckenförde, Wolfgang Böckenförde, der dieses Diktum quasi geprägt hat, dass die liberale Demokratie von Voraussetzungen lebt, die sie selber nicht garantieren kann. Das heisst, die Idee ist eigentlich, dass dieser Gemeinsinn ein Stück weit vorpolitisch ist. Nicht die Politik stellt den her, sondern es braucht eigentlich schon eine Gemeinschaft und umgekehrt kann man sagen, wenn diese Gemeinschaft da ist und gelebt wird und Gemeinschaft ist eben mehr als eine Ansammlung von Massen, sondern das ist eine Gruppe, die irgendwie das Gefühl hat, wir teilen hier etwas und wenn es das gibt, dann profitiert wiederum natürlich die Politik auch wieder davon. Und wie wir das genau nähren und fördern, das ist, glaube ich, auch ein Teil ihrer grossen Sorge oder ihrer Interessen. Ja, das ist ein Teil meiner großen Sorge. Es gibt einen kleinen Unterschied als Böckenförde, dass er in den 60er Jahren als sehr religiöser Mensch gesagt hat, stand er vor dem Dilemma, dass er merkte, dass der Glauben schwindet. Und für ihn war der christliche Glauben und die Institution der Kirchen immer etwas, was eine Art von moralischem Konsens und auch so eine Verpflichtung, sich wechselseitig zu unterstützen, zu helfen, an die Gemeinde zu denken, ans Gemeinwohl zu denken, verkörperte. Und er gleichzeitig als liberaler Jurist wusste, man kann die Leute ja nicht zwingen zu glauben. Er fragte sich aber, was ist, wenn das bröckelt? Geht der Gesellschaft nicht etwas verloren, wenn die Kirchen schwinden? Und deswegen stellte er sich die Frage, wie schafft das der liberal-demokratische Staat, der die Menschen nicht zu Weltanschauungen verpflichtet, was gut und richtig ist, diese Lücke zu füllen, wenn die Kirchen das auch nicht mehr können? Das war eigentlich sein Ausgangspunkt. Und ich denke, dass diese Vorstellung, dass wir Werte, die das Christentum kennt, Werte, die die Aufklärung kennen, relativ selektiv rausgesucht, sicherlich nicht alles, was das Christentum kennt, aber einiges davon und auch aus der Aufklärung, dass diese Werte eben stärker wieder in der Gesellschaft internalisiert sein müssen, denn, und das war die Angst, die Böckenförder hatte, in einer Gesellschaft von asozialen Egoisten, aus der wird langfristig keine funktionierende Demokratie und auch kein Staat, der lebens- und überlebensfähig ist. Und da ich zu den Menschen gehöre, die ein Interesse daran haben, dass unsere liberale Demokratie zukünftig erhalten wird und erhalten bleibt, deswegen überlege ich mir, wie kann man quasi dieses Wertefundament, das wichtig ist, dass das auch akzeptiert wird, dass es nicht nur da ist auf dem Papier, sondern dass es gelebte Praxis ist, wie kann man das stärker unterstützen. Und es ist ja auch so, das wissen wir aus ganz vielen Untersuchungen, dass man auch Moralmuskeln, sage ich jetzt mal, irgendwie trainieren muss. Also es ist tatsächlich so, dass wir Dinge einüben müssen und Ihr konkreter Vorschlag ist der Vorschlag von zwei sozialen Jahren oder Bürgerdienstjahren, einmal am Ende der obligatoren Schulzeit, einmal quasi, wenn man in Rente geht. Und diese Idee ist ja keine neue Idee, die hat auch in der Schweiz immer wieder für Diskussionen gesorgt. Im Gegensatz zu Deutschland ist in der Schweiz ja jeder Bürger verpflichtet, immer noch Militärdienst zu leisten. Und während der Corona-Krise haben sich viele Armeeangehörige freiwillig gemeldet, Dienstage zu leisten. Auch die Zivilschützer waren gefordert. Doch das Schweizer Milizsystem steckt nach wie vor in einer Krise. Immer mehr wollen keinen Dienst mehr leisten und lassen sich dispensieren. Und um diesen Trend zu stoppen, hat die FDP im Herbst 2020 eine Motion eingereicht. Sie will, dass die Schweiz einen Bürgerdienst einführt, und zwar für alle. Und das Magazin 10 vor 10 hat damals Stimmen aus der Politik eingeholt. Das Milizsystem in der Schweiz ist eine fundamentale Säule von unserem gesellschaftlichen Zusammenleben, auch wichtig für die Alimentierung von unseren Sicherheitsorganisationen, Armee, Zivilschutz. Und wir sehen, dass wir hier in ein Problem hineinlaufen mit dem Personalbestand. Darum braucht es eine Weiterentwicklung von diesem System. Das heisst, dass jede Bürgerin und jeder Bürger einen Dienst an unserem Staat dient. Frauen machen den grössten Teil der Betreuungs- und Erziehungsarbeit, der Familienarbeit. Und ich glaube nicht, dass sie einen Zwang brauchen, damit sie noch mehr machen würden, sondern es ist der falsche Weg. Man soll anerkennen, was sie machen. Man soll es zum Beispiel bei der Sozialversicherung anerkennen. Dann haben wir sehr viel mehr gemacht, dafür, dass die Arbeit auch wirklich noch ausgedehnt werden kann. Und ein Zwang ist eigentlich nichts anderes, als das Gleiche, was heute ist, noch in ein bürokratisches System bringen. Heute kannst du freiwilligen Arbeit, Miliztätigkeit machen, ist eigentlich zeitlich ohne Grenzen, auch altersmässig nicht ohne Grenzen. Beim obligatorischen Bürger, die hast du nachher eine gewisse Zeit, zeitlich befristetes Moment, den du erfüllen musst. Und wenn du das hast, musst du nichts mehr machen. Und dann verlieren wir alle Leute, sagen es eigentlich nach 30, die gerne Miliztätigkeit machen würden. Ja, die Freiwilligkeit ist eigentlich das Herz der Miliztätigkeit, so ungefähr sagt es Niederberger. Hat er nicht recht? Der letzte Beitrag war eine unfassbare Klaunerie. Also sich wirklich vorzustellen, dass wenn ich jetzt 18- oder 19-Jährige ein Jahr lang in die Pflicht nehme, dass sie sich in einer Tätigkeit, die man sich ja bis zum gewissen Grad freisuchen kann, ob die jetzt im Krankenhaus oder im Altenheim arbeiten oder ob die in einem anderen Land vielleicht, vielleicht auch in Afrika, was machen oder so weiter, dass die dann anschließend sagen, so, jetzt habe ich alles gemacht, jetzt muss ich anschließend nichts mehr machen. Das ist ausgesprochen unwahrscheinlich. Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Die, die nie was gemacht haben, die kommen oft gar nicht auf die Idee, sich irgendwann sozial zu engagieren. Aber die, die das einmal diese Erfahrung gemacht haben, da ist nicht jeder, aber ist die Wahrscheinlichkeit bei vielen, dass sie dabei bleiben, größer. Und das gilt natürlich erst recht für meinen zweiten Vorschlag. Ich weiß nicht, ob der in der Schweiz jemals gemacht worden ist. In Deutschland wüsste ich keinen, der ihn sonst gemacht hat. dass man beim Renteneintrittsalter noch mal ein solches Jahr macht. Und die Grundsituation ist folgende. Ja, es ist richtig. Das hat die Dame von den Grünen auch gesagt. Es gibt ja viele, die machen das auch schon. Sie hat als Beispiel gesagt, dass Frauen ja sowieso den größten Teil der Sozialarbeit und Hilfsdienste und so weiter machen. Ja, aber sie machen das im Regelfall nicht im Alter von 18 Jahren, wenn das erste Pflichtjahr ist. Und sie machen das auch nicht zwangsläufig, wenn sie Anfang oder Mitte 60 sind, sondern sie machen das in der Zeit dazwischen. Und das Merkwürdige ist, viele Leute scheinen immer zu glauben, ein solches Gesellschaftsjahr wäre eine Strafe. Da steht auch schon eine ganz merkwürdige Haltung dahinter, dass man sagt, da wird man mit bestraft. Wenn ich jetzt 16, 15, 16 Stunden in der Woche in ein Altenheim gehe und dort vorlese oder auf einer Kinderkrebsstation und dort die Kinder bespaße, das soll eine Strafe sein? Was haben diese Leute denn für ein merkwürdiges Verhältnis dazu, anderen was Gutes zu tun? Also da ist immer schon so eine Grundabwehrbewegung. Ich werde zu irgendwas Fiesem gezwungen. Und tatsächlich geht es darum, sich so in die Gemeinschaft einzubringen, dass sehr viele, die das tun, gar nicht damit aufhören werden. Also wenn ich mir vorstelle, ich würde auf so einer Kinderkrebsstation tatsächlich den Kindern was erzählen, ich höre doch im Alter von Mitte 60 nicht nach einem Jahr damit auf. Es steht mir doch selbstverständlich frei, das weiterhin zu tun. Also diesen Nutzen muss man überhaupt erst mal sehen, bevor man sich krampfhaft irgendwelche Gründe ausdenkt, warum das Ganze ganz fürchterlich und unzumutbar ist. Sie zitieren ja auch Ibsen, den Schriftsteller, und sagen, der hat mal geschrieben, Pflicht, das klingt nach spitzig, nach hart, nach kalt. Aber eigentlich geht es auch um so etwas wie Erfahrung der Selbstwirksamkeit. Ich kann mich einbringen, ich werde gebraucht und das, was ich tue, ist wirklich sinnstiftend. Ja, ich finde es ganz, ganz schlimm, in einer Gesellschaft zu leben, in der das Wort Pflicht negativ konnotiert ist. Ist es aber, oder? Ja, es ist nicht bei allen, aber bei zu vielen Menschen negativ konnotiert. Und ich halte das überhaupt nicht für einen Gewinn. Ich meine, als Philosoph, sie steht man, Cicerous, die Offizie ist, oder kann es Pflichtethik, dem Wort Pflicht ja nicht grundsätzlich negativ gegenüber. Sondern die Vorstellung, dass Menschen einen Reifegrad besitzen, in dem sie sich selbst zu etwas verpflichten, ist erst mal etwas sehr, sehr Positives. Und auch für die alten Griechen, über die wir gesprochen haben, gab es Pflichtdienste. Zum Beispiel der Militärdienst, der sehr viel umfangreicher war als heute. Die Sache ist nur, dass der Militärdienst nicht mehr ernsthaft ins 21. Jahrhundert passt und dass die Schweiz im 21. Jahrhundert beileibe auch keine Armee braucht. Aber dass sie den Grundgedanken, der dahinter steht, dass man seinem, von mir aus, Vaterland oder der Nation oder dem Staat verpflichtet ist als Bürger, diesen Gedanken, den finde ich in der Schweiz völlig richtig. Und wenn man den übertragen kann in etwas Sinnvolleres, als seine Grenzen zu verteidigen, als ein Staat, der auch die nächsten 100 Jahre territorial nirgendwo angegriffen wird, das wäre ein ganz grosser Entwicklungsschritt für die Schweiz. Nun sagen natürlich ganz viele, na ja, Schweizerinnen und Schweizer leisten doch schon so viel freiwillige Arbeit. Es sind 39 Prozent der über 15-Jährigen, die irgendwo formell tätig sind. Das kann natürlich dann auch im Vorstand sein des lokalen Fussballvereins zum Beispiel. Und 46 Prozent informell, also zum Beispiel Enkelhüten. Und das alles ist doch schon so ein grosser Bereich sozusagen. Das ist das, was die Grüne Regularit auch gesagt hat im Beitrag. Müssten wir das jetzt wirklich noch bürokratisieren und aufblähen? Reicht es nicht, den Leuten zu sagen, ey, er macht schon einen super Topf? Ich fände das toll, wenn es nicht nur die 39 oder 46 Prozent wären, sondern wenn es noch viel mehr wäre. Also in Deutschland ist es ungefähr so, dass ein Drittel der Menschen im Rentenalter ehrenamtlich tätig ist. Das sind ja ungefähr ein Drittel der Menschen im Rentenalter haben, die dafür nicht zu gebrauchen sind. Also entweder, weil sie starke körperliche Beeinträchtigungen haben oder weil sie so menschenfeindlich sind, dass sie nicht die aller, aller geringste Lust haben, etwas für andere zu tun. Die gibt es auch. Die würde ich auch ausmustern. Aber dazwischen bleibt ein Drittel übrig. Und dieses Drittel, das sind Leute, denen es richtig was bringen würde, wenn sie das täten, die aber nicht auf die Idee kommen, weil sie nicht in einem entsprechenden Umfeld sind, weil sie nicht in irgendeinem Verein sind, weil sie nicht in irgendeiner Kirche sind und so weiter. Und die wahrscheinlich auch gar nicht damit aufhören würden, das zu tun. Ich habe in meinem eigenen nähesten Umfeld sehr eindrucksvolle Beispiele dafür. Und ich glaube, dass die Glücksmehrung auf beiden Seiten, also für die, die es tun, wie für die etwas getan wird, in der Gesellschaft enorm wäre dadurch. Und ich halte auch viel von Ihrem Bild sozusagen des Trainings. Ich glaube tatsächlich, dass das stimmt. Das wissen ja alle, die irgendwann beginnen, Sport zu treiben oder zu meditieren. Man muss eben dranbleiben. Und wenn man es sich zur Gewohnheit gemacht hat, beginnt man, so sehr Form zu erlangen in dieser Gewohnheit, dass man es gar nicht mehr missen möchte. Ich bin jetzt ein bisschen zusammengezuckt bei dem Ausmustern, weil Sie doch vorhin auch gesagt haben, seine Pflicht zu tun und sich selbst als selbstwirksam zu erleben, kann auch dazu führen, dass wir etwas entdecken. Also könnte man doch sagen, man sollte alle irgendwie trainieren, aber was es ja auch zeigt, Freiwillige zu betreuen, braucht auch viel Aufwand. Ja, aber dann gehen wir zu weit. Also in französischen Filmen funktioniert das immer, dass irgendein Menschenfeind Erfahrungen macht, durch die er auf einmal unglaublich nett und freundlich und so weiter wird. Das kommt im wirklichen Leben zwar vor, aber ausgesprochen selten. Und was will ich denn machen? Also Trainingslager für Leute, die sich mit Händen und Füßen dagegen wehren und die ich jetzt erst pädagogisch und psychologisch so weit betreuen muss, bis sie in der Lage sind, so einen Dienst zu machen. Ich bin Realist. Also das geht mir auch zu weit. Das sind Zwangsmaßnahmen, die gehen mir zu weit. Ich glaube, dass man sich von diesem Dienst, diesem Gesellschaftsjahr, befreien lassen können muss. Also keine Zwangsarbeit, weil das auch rechtlich ein Problem wäre? Das wäre absolut rechtlich ein Problem, auch wenn das bei uns in Deutschland wahrscheinlich verfassungsmäßig unter allgemeine Bürgerpflichten gefasst werden würde und formal keine Zwangsarbeit ist. Weil Zwangsarbeit ist, wenn ich jemanden ökonomisch ausnutze oder wenn ich ihn aus politischen Gründen mit Arbeit drangsaliere. Beides ist ja hier nicht der Fall. Deswegen ist eigentlich Zwangsarbeit ist es nicht. Aber man muss sich trotzdem davon befreien lassen können, wenn man sich für absolut ungeeignet hält. Also ich glaube, diese Chance sollte es geben. Ich glaube, dass es einfach irgendwann eine gesellschaftliche Kultur ist, wo es ziemlich unfein und unschick ist, wenn man sich davor drückt. Ich glaube, dass das passieren wird, in dem Maße, wo die Mehrheit der Leute ein solches Pflichtjahr macht und sich darüber unterhält und austauscht und darüber auch noch neue Freunde und Bekannte findet. In jenen Kreis zu gehören, die sagen, ich habe mich befreien lassen, ist wahrscheinlich jetzt statusmäßig nicht das Beste. Also ich würde nicht jedem dazu raten, das zu tun. Ich glaube nicht, dass jeder sofort versucht, sich daraus zu stehlen, sondern ich glaube, dass es eine Minderheit ist, die das tun wird. Etwas, wovon ich immer denke, wir sprechen zu wenig darüber, ist die Möglichkeit, dass man mit so einem Dienst vielleicht auch eine Gesellschaft ja mehr noch sozusagen näher zueinander bringen könnte. Wir haben ja jetzt die Situation in einer sehr globalisierten Gesellschaft. Wir haben in der Schweiz einen hohen Ausländeranteil. Und wenn man von einem Bürgerdienst spricht, dann denke ich immer daran, dass ganz viele Menschen davon nicht betroffen wären, aber auch nicht eingeladen wären. Und vielleicht sollten wir von einem Einwohnerdienst sprechen, sodass nämlich gerade diejenigen Menschen, die vielleicht nicht einmal diese Sprache wirklich können, vielleicht in dieser Kultur, in dieser Gesellschaft nicht wirklich zu Hause sind, erst recht auch die Chance bekämen, durch so ein Pflichtjahr dazuzugehören. Finde ich völlig in Ordnung. Also das sind Aspekte, über die ich im Detail jetzt nicht drüber nachgedacht habe. Aber ich finde das völlig richtig. Also im Grunde genommen sollte sich dieses Gesellschaftsjahr an die Bewohner eines Landes richten und nicht an die Frage, was für einen Pass sie haben. Und wenn wir das jetzt noch weiterdenken, dann kommen wir noch, finde ich, auf eine grössere Idee zu sprechen, nämlich auf die allgemeinen Menschenpflichten. Es gab ja tatsächlich, als die allgemeine Menschenrechtserklärung 50 Jahre alt geworden ist, auch eine Erklärung, allgemeine Erklärung der Menschenpflichten. Die wurde damals unterzeichnet von Willy Brandt und vielen anderen mehr. Helmut Schmidt war da auch dabei, auch ein Schweizer Bundesrat, Kurt Furgler. Und die haben tatsächlich so eine Präambel und verschiedene Artikel entwickelt. Und da gehört zum Beispiel dazu, jeder Mensch hat die Pflicht, tolerant zu sein oder die Wahrheit zu sagen oder auch Gleichstellung zu befördern. Und davon ausgehend habe ich mir überlegt, was denken Sie denn darüber? Könnten wir irgendwann sagen, na ja, wir müssen nicht nur über Bürgerpflichten sprechen, sondern auch über Menschenpflichten? Also so wie das da gerade formuliert ist, erscheint mir das zu esoterisch. Also ich habe Probleme damit, die Pflicht, die Wahrheit zu sagen. Mein Gott, als Philosoph, und das wissen Sie genauso gut wie ich, ist es schon wahnsinnig schwer, mit dem Begriff Wahrheit zu hantieren. Und auch die jüngst wieder neu aufgekommene Idee, dass man eine Wahrheit am Europäischen Gerichtshof irgendwo einklagen kann oder sowas, das wird dazu führen, dass alle Corona-Leugner und alle Kritiker der Staatsmaßnahmen im Dienste der Wahrheit dann klagen werden und sagen, das Coronavirus gibt es nicht oder es ist doch harmlos und was weiß ich. Also es wird also eine Riesenprozessflut auslösen. Nein, ich denke, man sollte den Bogen nicht in diese Richtung überziehen. Also ich versuche ja bei den Vorschlägen, die ich mache, meinen Idealismus immer mit Pragmatismus zu verbinden. Und ich glaube, dass mit den allgemeinen Menschenpflichten, die ich ja dann im Zweifelsfall auch einfordern muss, man muss sich überlegen, was wären die Institutionen oder Ebenen, die das einfordern. Nein, ich glaube, das geht so weit. Ich wollte jetzt auch nicht über die einzelnen Artikel sprechen. Vielleicht steht das nicht genauso mit der Wahrheit. Vielleicht steht auch Leben in Wahrhaftigkeit oder sowas. Worum es mir ging, ist mehr zu zeigen, Sie denken schon, dass diese Pflichten, diese Bürgerpflichten, gebunden sind an eine Gemeinschaft, die noch überschaubar bleibt. Und das ist ja eine offene Frage zurzeit. Wie sehr brauchen wir die Nationalstaaten noch? Wie gross können die Gemeinschaften bleiben, in denen so ein Gemeinwohl Platz hat und gepflegt und kultiviert werden kann? Denn das ist ja auch etwas, was Böckenförde sich sozusagen besorgt gezeigt hat. Werden diese Gemeinschaften einfach zu gross? Können wir überhaupt uns noch gegenseitig verpflichtet fühlen, wenn das so immer grösser wird? Also ich persönlich glaube überhaupt nicht daran, dass die Nationalstaaten maßgeblich an Bedeutung verlieren werden. Ich glaube doch, dass es in 100 Jahren, ich meine, dann lebe ich nicht mehr, aber ich glaube, in 100 Jahren gibt es die Schweiz noch als Nationalstaat. Ich glaube nicht, dass diese Ebene rausgekürzt wird. Das war so ein Gedankenspiel der letzten 20 Jahre, dass man gedacht hat, im Zuge A der Globalisierung und B der Europäisierung würde die Bedeutung der Nationalstaaten verloren gehen. Im Augenblick ist es tatsächlich sogar so, dass ich letztens ein Gespräch mit Frauke Petry, dass die Rechten anfangen, den Gedanken des Nationalstaats aufzugeben, weil sie sich davon nicht mehr repräsentiert fühlen. Und eigentlich gibt es wieder einen interessanten Berührungspunkt von rechts und links, dass man die Region wieder stärken will, man will auf kleinere Ebenen wieder zurück. Das ist ja auch ein Punkt, den Sarah Wagenknecht. Ja, für mich persönlich besteht kein Widerspruch darin, den Nationalstaat für solche Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, zu erhalten und gleichzeitig in anderen Bereichen die regionale Autonomie zu verstärken. Also für mich ist das keine Entweder-oder-Frage. Ich meine, die Schweiz ist ja ein schönes Beispiel mit einer sehr hohen kantonalen Autonomie auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit einem funktionierenden Nationalstaat. Und ich glaube, dass das tatsächlich das Zukunftsmodell ist und ich glaube, dass die Nationalstaaten auf absehbare Zeit nicht verschwinden. Es ist ja deutlich geworden in diesem Gespräch, Herr Precht, wie wichtig es ist, das Pflichtbewusstsein nicht nur als etwas Kaltes, Spitzes wahrzunehmen, sondern auch als etwas Erfüllendes. Zum Schluss vielleicht doch, wenn Sie sich entpflichten könnten, von welcher Pflicht würden Sie sich denn los sagen wollen? Da fällt mir eigentlich zunächst keiner ein. Es gäbe sicher Zwänge, von denen ich mich gerne befreien würde, obwohl ich das nicht kann. und ich glaube, der Zwang, unter dem ich persönlich am meisten leide, ist der, sich technisch so weit auf dem Laufenden zu halten, dass man jeweils in der Lage ist, sein Smartphone zu bedienen. Ich wäre froh, in einer Welt zu leben, in der ich nicht die ganze Zeit mich mit Technik beschäftigen müsste, um noch in der Lage zu sein, halbwegs Anschluss an die Gegenwart zu halten. Aber ich weiß, dass ich mit diesem Zwang nicht entkommen kann und den erlebe ich übrigens rein subjektiv und persönlich als eine viel stärkere Diktatur als alle Zwänge, die vom Staat ausgehen. Das kann ich nachvollziehen. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ja, wer weiterlesen mag, drei Bücher haben wir zu vergeben, natürlich signiert. Wie immer sind Sie mit einer Mail in unserem elektronischen Philosophiebriefkasten bei der Verlosung dabei. Nächste Woche wird es explosiv. Es geht um die atomaren Gefahren der Gegenwart. Zu Gast sind die Ethikerin Anna de Plazes und der Sicherheitsexperte Oliver Trenert bei Yves Bossard. Und jetzt gleich besuchen wir die Denk- und Arbeitsräume von Friederike Mayröcker. Die kürzlich verstorbene grosse Schriftstellerin fand es zu ihrer radikalen Lyrik und Prosa durchaus auf unkonventionellen Wegen. Unter anderem durch Waschkörbe, randvoll mit Zetteln. Ein Porträt voller Überraschungen. Geniessen Sie den anbrechenden Sommer. Eine gute Zeit. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.